Hallo und herzlich willkommen beim Internet-Autoren-Tagebuch von Reader's Digest. Mein Name ist Simon Rost, wir befinden uns hier in meinem Büro und im Laufe der nächsten zwei Wochen können Sie hier etwas über meine Arbeit als Autor erfahren. Was macht ein Autor eigentlich so den ganzen Tag? Wie entsteht eigentlich ein Roman? Und was mache ich, wenn Abgabetermine anstehen, ein Stapel Drehbücher gelesen werden muss oder ein Hörspiel von mir aufgenommen wird? Hier können Sie es erfahren und mir bei meiner Arbeit als Autor so ein bisschen über die Schulter gucken, wenn Sie Lust haben. Würde mich freuen, wenn Sie ab und zu vorbeischauen. Viel Spaß!